Servus, grüß dich, servus, hier ist Andreas Birker, der Bewirker und wir nehmen heute ein Thema her, auf das die meisten Menschen komplett vergessen. Aber wenn du all diese Punkte anwendest, die wir hier in den Videos haben, du Ziele erreichst, tolle Ziele erreichst, viel Größeres erreichst, was du dir vorstellen hast, egal auf welcher Ebene es ist, dann wird es ja oft auf einen Punkt vergessen. Und mir ist es selbst einmal so gegangen, nämlich ich habe ein Seminar abgehalten, nach diesem Seminar habe ich mit Leuten getroffen und diese Leute haben dann zu mir gesagt, wie war das Seminar, ja super, war gut, hast du Teilnehmer gehabt, ja sicher sind sie das nicht abgehalten, ja waren die zufrieden, sage ich, ja die waren zufrieden, dann kommt die nächste Frage, bist du, hast du das das erste Mal abgehalten, sage ich, ja das ist dieses Thema, den Workshop habe ich das erste Mal abgehalten und dann hat es auf einmal Klack bei mir gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, ich bestelle jetzt eine Flasche Champagner. Und warum habe ich das gemacht? Das Zauberwort ist Belohnung. Wir vergessen auf die Belohnung. Uns einfach selbst zu belohnen und selbst dadurch wertzuschätzen, deine eigenen Leistungen zu schätzen. Ja, belohn dich. Also mein Tipp für heute in dem Video ist, belohn dich. Sei es dir wert, sei es dir selbst wert. Ja, es wird so für auf andere geschaut und für die anderen vielleicht was gemacht. Es wird für andere Menschen Geschenke, machst du dir Gedanken. Mach dir Gedanken über dich selbst. Mach dir Gedanken über deine Dinge, die du dir wünschst und die Kleinigkeiten, mit denen du dich selbst belohnen könntest. Die es wirklich wert sind, was du dir bewusst machst. Irgendwelche Punkte, die du vielleicht schon lange nicht gemacht hast und wieder mal machen wolltest oder tust und tun kannst und dann sagst du einfach, okay, das ist jetzt eine Belohnung für das und das und du belohnst dich selber. Und unser Belohnungssystem freut sich und du gibst dir selbst einfach eine Wertschätzung. Ja, wir warten immer und immer wieder darauf, dass es von außen kommt. Immer wieder, dass andere uns das geben und da kann es mal sein, dass du sehr lang wartest oder es kann sein, dass du ja unbewusst nie genug kriegst. Du kriegst halt einmal Belohnung, aber dann ist sie nicht so, wie du sie wolltest. Sie hört sie nicht an so. Sie fühlt sich energetisch nicht so an. Okay, da passt alles wieder irgendwie nicht und dein Teil in dir ist wieder nicht zufrieden. Belohn ihn. Belohn ihn selbst, beschenkt dich, belohnt dich, aber bewusst. Ja, es redet nicht von Frustkäufe oder irgend sowas. Es kann genauso Kleinigkeiten sein, dass du bewusst einfach in ein Café gehst, dir eine halbe Zeit, eine halbe Stunde gönnst, dich hinsetzt, dein Lieblingskaffee trinkst und nicht aufs Handy einmal schaust, die Zeit genießt, die Menschen beobachtest und einfach alles einmal auf die Seite schiebst. Es kann genauso eine Belohnung sein. Es kann eine Belohnung sein, einfach bewusst in die Natur zu gehen, wo immer das ist. Ja, es kann genauso etwas sein, dass du dich selbst mit etwas beschenkst. Ja, das muss nicht immer, was bei uns so oft kommt, in den Kursen, wenn wir das Thema dann haben, wenn du Ziele erreichst, ja, ein Term, ein Wochenende, das ist halt so Standard. Na, such wirklich eine richtig schöne Belohnung für dich aus, was passt. Das kann eine große sein. Ich habe eine Klientin, die hat jetzt wirklich in dem Coaching-Prozess einen längeren, tolle Erfolge erreicht, businessmäßig tolle Erfolge erreicht und die ist jetzt nachher im Jänner auf Hawaii. Und ich so gratuliere, da bist du auf Weißruhe und sagt, ja, das ist meine Belohnung. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut für sie, dass sie so eine tolle Bewohnung ausgesucht hat. Und ja, die war auch motivierend, diese Belohnung. Und wunderbar, dass sie die Ziele erreicht hat, die sie wollte. Und dass sie sich eben so schön für diese großen Ziele belohnt. Es muss nicht immer so sein. Es ist nur ein Beispiel. Wie gesagt, es kann genauso einmal ein Kinobesuch sein, weil man schon lange nicht war. Oder, oder, ja. Und mach das bitte. Belohn dich. Belohn dich selbst. Warte nicht darauf, bis das andere tun. Du bist es wert, dich selbst zu belohnen. Okay. Du bist ein wertvoller Mensch und schenk dir das selber. Ja, wie geht es dir mit Belohnern? Belohnst du die manchmal? Was hast du da für Ideen? Was machst du? Schreib das in die Kommentare. Freue mich drüber. Und dann noch, ganz wichtig, wenn es dir gefallen hat, lass Daumen hoch da. Und über Abo freuen wir uns sehr. Alles, alles Liebe und sei es dir wert, dich zu belohnen. Ciao.